In einem SUV wie diesem Jeep kommen Sie auf jedem Gelände sehr gut zurecht. Er hat einen Dieselmotor und eine Automatik. Mit diesem Auto sind Sie komfortabel unterwegs, dank Extras wie einem Navigationssystem, einem Regensensor, einer Geschwindigkeitsregelanlage und einer Klimaautomatik. Zur kompletten Ausrüstung gehören auch Dachreling, ein Vierradantrieb und Leichtmetallfelgen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017